Eine fetale Therapie ist eine Behandlung im Mutterleib noch während der Schwangerschaft. Dadurch kann man die Überlebenschancen des Fetus deutlich verbessern. Beispiel ist das Zwillingstransfusionssyndrom. Man kann durch eine fetoskopische Laserung diese eine Plazenta von diesen zwei Zwillingen trennen und dadurch das Outcome der Kinder und die Prognose der Kinder deutlich verbessern. Ein weiteres Beispiel ist die Transfusion von Blutbestandteilen bei einer fetalen Blutarmut. Aber auch bei bestimmten Fellbildungen im Bereich der fetalen Harnröhre, die zu einer Megazystis, zu einer riesengroßen Harnblase des Fetus führen können, kann man einen sogenannten vesicoabnialen Schand, ein Stent, in der Harnblase einsetzen und dadurch eine Ableitung, einen Abtransport von Urin ins Fruchtwasser erzielen und dadurch die Überlebenschancen des Fetus deutlich verbessern.